Hallihallüchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Mr. is the Worst. Ich bin MC Sven und ich bin Eftes the Freak und wir begrüßen euch zu Anno 1404. Genau. Ein neues Projekt von uns, besser gesagt eine neue, eine ganz neue Reihe, denn Jakob wird dann noch 1503, let's playen. 1404, ich kannte jetzt gerade die Zahlen nicht mehr. Bewegt den Kopf nicht zu, wegen dem Mikrofon. Jedenfalls 1404 werde ich eigentlich sonst normalerweise alleine let's playen, wenn es geht, werden wir auch 1503 und 1404, wenn es geht, zusammen let's playen an einem Computer. 2070 wird dann anders. Das werden wir so machen, dass ich Haupt aufnehme und Jakob wird dann in einem kleinen Fensterchen. Aber 2070 ist sowieso das erste. Also eigentlich nicht 1404, das kommt immer samstags. Ja, ne? Wenn das so klein kommt, haben wir schon unseren Uploadplan endlich mal. Okay. Ja, aber jedenfalls, wir begrüßen euch hiermit zu der... Gehen Sie ein neues Spiel. Warte, warte, warte. Wir begrüßen euch somit herzlich zur Anno-Reihe von uns. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir ein Endloss-Spiel machen und nicht die Kampagne da. Wir können schon die Kampagne machen. Dann müssen wir sehen. Wir finden ein Endloss-Spiel eben sehr witziger. Ja. Von dem her Endloss-Spiel let's go. Normale Spiele-Einstellungen anpassend. Hau und kommend. Normale Spiele-Einstellungen anpassend. Normale Spiele-Einstellungen anpassend. Graue und hier istیک sehen, die Bedrohung doch kein Medizin? Vietなんですhalte gor wie wir. Das sind sind die Gegner. Wir wissen gar nicht, wie sie wirken. Warte, warte, warte. Mit Hangus vertriebenen an Friedensverträgen Bild ist es ist der Fried und Schwach Schwierigkeit plus 40 Punkte haben wir schon wie meint es ist schwieriger wird nach noch schwach eine Vision er könnte mir unsere Begegnung ich will eigentlich ich will kann man ihn noch weiter das war auch so hart ist ein Risik diese Größe uns zu Fruchtbarkeit ist dieses Schwierigkeiten es ist gedacht nun keine Ahnung der Geräte eigentlich machen wir alle Kräfte ja Kassels und Karten Karten aber drauf drückt ich bin auf der Karte 16.002 ich will das so und ich will dass man also kriegen kann komplett was ist dann kommst du alles zurück wenn du was auch kreisst als ich es tut vorher an aus dem sonst das geht nur in der St an also Aufträgen also sagen schon geht sowieso nur Flachschiff Flachschiff ich will Flachschiff von einem Jahr das ist aber schon auf die Insel die du nicht auswählen kannst das Staat das musste die Erkenntnis das stimmt aber 50.000 Gold 80.000 schon viel wir sind wir wussten dass auch nicht 50 Start aufgedeckte Stadte aus Stadten aufgedeckt hatte keine Schiffe versinken wird das ist das eine Ahnung mal das lassen was so ist es ist das sind Siegbedingungen zwar Einwohner weltweit erfüllte Aufträge auch Monument herrichtet Schau mal beides bis sie sich hat uns auch in den Urchen ist mir egal noch hin und das wird ein bisschen länger dann muss die Stärken Warte Bünd Diplomatie naja das nein das ist Alter nein Mann nein hör auf nein ich will Kriegen ich will Kriegen dann gewinnst du es wenn du beides errichtet hast und beide gekriegt hast das ist irgendwie langweilig Kriegen ist alles so scheiße zuerst errichten wir alles und nachher kriegen wir ohne Ende ja ok dann mach den Spielstart kann man das in 2070 auch? wenn ja dann ist gut also Spiel starten das letzte mal konnten wir nicht gegen andere Parteien kriegen das ist nur ein bisschen scheiße wo war 2070? ja ich habe ausgeschaut Ozean auffüllen jetzt kommen die witzigen Teile Capri-Sonne was ist deine? mehr mehr Wasser salzen Bogen glätten hier unten ne deine Mutter in den Arsch ficken Wolken aufschütteln hausschütteln 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 werbestumm entwirren ja und wie fühlen sie sich nun? unser neues Rohle-Mikrofon Inselerschaften gebirge aufschütteln ich muss immer noch das Video bäume pflanzen du weißt schätze vergraben orient computerspieler weißt ja ja jetzt halt die Fresse ich bin immer noch wach mutterfückel neutrale Kräfte ansiedeln gehört ja konnte aufräumen wartet das witzigste kommt jetzt noch nein das ist das Schiff vom Stapel laufen das doch mutterfückel ist geachtet und es kommt es kommt jetzt an jetzt an gleich 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 noch sein Hexe schwenken haupt macht noch sein Monit Wetter vorher sagen ja konnte man schon im Zeitalter von 14 4 natürlich klar ich kann das Wetter auch hey das Wetter konnten sie schon vor Christus dann sagen du drehst trotzdem über deinen Kopf ja das soll ich so über die Verschauen hey ja nein ich weiß dass ich jetzt ich bin aber trotzdem wie ist es wird euch bei der Suche nach einer neuen Natur das Scheiß Neptun unbedingt 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 ein gewagtes Vorhaben voll ist es gewagt ich habe gerade mal nicht ein Schiff angeklickt gewagt was was ach unbenennt ja dort Neptun bitte nicht ein Scheißherrn warte nein nein nenn es doch was denn dann ne ok WD 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 nein Samson das ist das das ist das das ist unser Anfang der Prozesse ich bin inzwischen nein 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 das ist so ein Scherz ich meine es nirgends 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 schreibt man anders doch nie geschrieben nur ja stimmt nirgends 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 so was zu tun ich will eigentlich nie aus und okay ein hier ist so gehen wir zu hier in die Metro warte du bist du schon nirgends 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 Geld zurück ich verlange mein Geld zurück so langsam hatten wir Geld ja wir bezahlen nein war gratis boah so wie heute ein neues Eiland wurde gesichtet Eiland ein neues Eiland das Eiland das hat der gesagt ach so wir haben eine neue Insel entdeckt äh was Landahoy links und rechts äh rechts unten hast du auch noch ein Orient Orient rechts von dir gar nicht dann nimmst du die Insel links das sind orientiert rechts ist auch geil und du hast gute Fruchtbarkeit noch links hör mal auf weiter zu gehen also muss zwar noch die Inseln bisschen anschauen aber es sieht schon voll schön aus dort schau mal oh ja okay Most kann angebaut werden und dann ist das geil wir können aber schau mal das das sieht voll schön aus ey so hier ne voll schön nehmen wir aufs Tamp aber so groß ist es gar nicht ey hier stimmt Tampnell Stein vorkommen Tampnell müssen wir noch erstellen ey heute habe ich voll Bock auf Eisen vorkommen voll Bock auf Pizza ich weiß was wir nachher noch machen wir bestellen uns ne Pizza ja bei mir ne bist du nachher noch bei mir komm ja ja denn ah Kohle Kohle Stein der Wünschen ja ja ich hab ok wo legen wir an oben oben links warte wegen Kohle und Stein ja hier hier so hier so hier so hier so hier so komm und hier hin das Wünschen ist hier ja ist auf dem Weg wow da hier sieht doch auch mal geil aus schlecht aber du kannst nicht besiedeln also warte warte hier kannst du ein Kontor riechen fertig das machen wir das machen wir doch doch das setzen wir uns auf das setzen wir uns auf das setzen wir uns auf außer du kannst wenn es genug groß ist noch einen Markthausbau oh schöne Delfine 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 von Dell ja genau made by Dell aber Dell schreibst du mit 2 ein ja das schön komm jetzt wow uah Frame-Einbruch ja das war gerade ein Frame-Einbruch oi hier erscheint was rot was sagt er hier hast du doch so hinweisen fruchtbarkeit hä ok ich check das einfach gar nicht das sind die Siegbedingungen die Fruchtbarkeiten hier deines werden in der Info das aha ja ja wieso steht dann Fruchtbarkeit bestimmen warte oben siehst das Frage zeigt kannst du da drauf klicken wirklich veränderbar Ressourcen Ressourcen hämmert mich sagt links klick öffnen sie die Brustoffe ah schau mal du hast zwei Stein vorkommen ein Sohle vorkommen zwei Kohle drei Erz Eisen und zwei Bärenhöhlen Bärenhöhle braucht man für Pelz glaube ich das kann ich weiß das irgendwann wahrscheinlich ganz im Jäger machen ich habe weiß es nicht im Moment oh hier sieht es aber auch ziemlich schön aus hier kannst du nicht gucken aber ja schön sieht es aus und du kannst sie nicht ziehen boh wenn du ein der Konto könnte es auch hier errichten eigentlich wohl ne das Problem ist hat schon der Stein und das Neues Land Gesicht aber am Anfang auch von mir Neusland wo Neusland unten links hey hier ist ein kleines Arschloch der Siedel ist hier auf der Insel kommt jetzt hin die kleine Muschi die kleine Muschi nein ich bin live ich schwöre halt die Fresse man da jetzt kannst du insel oh jetzt kannst du insel gleichen ja klar ich muss dich mal einfach quer die Insel durch ich fichte ich du kleiner Wichser nicht wirklich doch leider was meinte der die hier oben rechts hin mann über dem Orient was du was du kannst ich mal echt ficken später werden wir dich so Bumsen den werden wir kaputt hauen das wird noch einmal unsere Insel sein bis in die direkte noch während nein das nicht das ist nicht gut am Anfang kannst du ja schon okay was jetzt hingeschickt so hier rauf ein bisschen so okay Alter mal ohne Scheiß dich werden wir noch zertrücken wie ein kleines Würstchen weißt du denk einfach mal ja ich nehme mal das Kontor dann Markthaupthaus und dann einfach noch Marktplatz kann man mit dem eigentlich schon angreifen mit diesen ja das ist ein Flasche theoretisch aber kleine Muschi das bringt es glaube ich nicht dich wollen wir kaputt haben wie nichts ich schwöre man kommt einfach hier hin sich gehört jetzt du warst nicht schnell genug dort dort fährt die kleine Moschee die kleine Moschee nur weg jetzt nach rechts wir hoffen wir wollten jetzt besiedert uns hat die Insel die wir einfach jetzt gehen wollen noch mal die war so schöner für dich gebucht Junge nein warte doch guck hier ist so richtig schön hier alles so schön die Leute nicht auf nachher kommt der Wechsel und die Mögel sind Schnauze Schnauze weißt du sie was zu nahm orient das ist ein kleines Mutter verficktes Schiff ich sollte mit diesem Schiff auf Reisen gehen muss auch haben vorher Niederscheid aufgrund jetzt machen ich will es nicht Rechter sind der der Sirene der 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 er der Jetzt, ich glaube das ist eine größere. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Kleiner Homo. Was ist das? Ja, sicher. Kein, kein, kein Kohlevorkommen. Kein, nein. Und schau mal die, äh, kein Must. Ich schwöre, die Insel wäre so perfekt gewesen. Und die ist ziemlich klein. Da kommt einfach die kleine Muschia. Aber das sieht gar nicht aus. Ja, das ist schon. So wie ein Herz. Bisschen. Ne? Bisschen. Ach man, ich spüre sie. Werden wir jetzt noch sentimental? Äh, gut. Du kommst jetzt und gehst mal hier ein bisschen. Den, den Streifen hier bringe dich mal weg. Das bringt's nicht. Ach, sieht behindert aus. Ja, okay. Behindert aus. Oh, da sind nicht aufgedeckte Karte gemacht worden. Weil's so witziger ist, zu mir vorstellt. Von Findersplay. Ja, stimmt. Nr. Dichtal ist, die staatliche Fähigkeiten habe ich nicht. Ich glaube, dieses Schiff ist... Nr. Bis sie noch länger anschauen. Nr. machen die Schütze mal den Landstreifen die Projekte machen die Schiff aus und heute so machen so meinst du teilen das wir gemacht haben oder richtig aufgeregt man kann und dann wieder nicht die Fassel da ich mich schon du dich schon nicht mit dem ist nachher als sie als es in also einfach so kommt nein die Stiftung versucht ihn noch nett zu sein ja das hier als Punkt heißen auch sohle das Problem ist es ist halt nichts Fruchtbar für Wattel und Mantel die Sasselbein das Mantel als Problem ist halt so kann sich kein Most anbauen das hier ist auch orient ja leider alles Palme geht weiter nach oben alles Palme oder was alles was machst du eigentlich man will doch einfach mach mein Schiff aus wo ist mein Schiff aber ich bin dran vorbei kam jetzt hier nach unten wieso willst du weiter nach unten wieso nicht weil es dort nicht solle Inseln hat sie nicht oben so eine weite äh die sind nicht unten ein bisschen weiter oben wieso musste der die Scheiße Insel besetzen ohne Scheiß das ist Land das ist orient zu sich größer alles Wüste Alter das sieht Geld aus hier kann zu Tappen und Gewürze Gewürze das gut Kupfer Kupfer die Finster sichert den Sultan neutral die Leute wenn für unser wohlgesagt die Bündung und die ganz auf Neue seit mir gegrüßt bei diesem Allentzern sein die großen Sieg und Berater des Sultans da ist in 7 Uhr entwicklung so okay gut aber ich denke wir gehen jetzt erst mal ein bisschen in den Norden das warum ist ja nicht auch die Tuch und die Motski was ich gemacht hier weiter die Hälfte ein okay auch ich weiß die Insel ist eigentlich besser die mit dem jetzt kein Gold da ist ihr die im Großbritannien Gold ist auch so machen da aber habe ich genau das Richtige für euch auch Eltern sein hier ansehen das kannst du noch machen und so macht man das mit rechtsklicken hier gibt es ja alles Schnauze der Alters jetzt ja mal auch da ist das Spannungs gut auf glaubwissen das ist das Spaß schon wie oben rechts in der Küche der Pistil also der die Töte der ja bis zum Teil es war nein da eine Hacker wenn du es ist eingeschlafen und du kannst es trotzdem haben das gute machen zwischen dem orient das weißt du das linke in der Mitte dort oder das ja das das hat 2 Gold und der das ist das eigentlich Leben und man sich auch ich hab mich schon kein keine verfickte Kohle willst mich eigentlich verarschen kein sohn mein Gott aber kein einziges die Warten links oben an deinem Schiff was war links oben am Schiff drei Bärenhöhlen links oben am Schiff links oben am Schiff warte aber die Insel sieht verdammt geil aus ich bin ja schon aber das keine Kohle keine Kohle kannst du jetzt schon vergessen das ist glaube ich nicht kann so lange zu klein nicht vor allem rechts auch schon hier mit Felsen ich denke hier wird was sein Land in Sicht Land Ahoi hier oben perfekte Kohle alles alles sogar noch eins mehr oh geil und du kannst doch eine unbekannte die nehmen wir jetzt aber vor uns andere Spaß sie auf verdirbt Schiff ist unterhalb wo willst du hin ganz durchklicken Stein und Kohle Eisen Stein 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 wo ist Kohl ok warte warte wir sind hier oder unten jemand nein 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 geht mal nach unten warte warte immer nach unten hier haben wir so ist glaube ich immer nach unten oder hier nein warte hier hier da hatten wir da warte warte Stein Kohle und Eisen oder ist das Sohle Scheiße Sohle das Eisen ist Eisen und vor haben wir Sohle das andere Kohle es läuft jetzt links rechts oben haben wir gerade diese zwei nebeneinander und Sohle dort Jakker kommen wir gleich und hier ist denn spielt sowieso kann ich aber automatisch sprechen so der erste Part wird jetzt hier denke ich mal sich fertig so vergesst nicht wenn ihr mit was benötigt und zufühlt ihr jederzeit bei mir zum Handeln steht immer noch er hat dort 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 weiß ich ja auch ob das Schiff steht ich war hier ist nur zu hier okay stimmt ich könnte man damit schon hier ich bin da ich finde ich hier einfach schön auf jeden dann hier hin